Hallo und dabei allererstes Willkommen zu einer neuen Folge Bad Wars. Heute nicht wieder alleine, sondern mit Dachene. How to Dachene. Hi! Auf in mein Gesicht rumzuspringen. Junge! Du warst echt nicht mehr alle Tassen geschwangen. Hätte der Gelotzt ja richtig. Ich benutze das Textonpaket Zigzag, das auch Maudado sehr oft benutzt, deswegen... Ich bin so fancy. Deswegen benutze ich es einfach mal. Einer für diese Folge. Ich wollte heute ja auch noch die Sturmer für Taktik anwenden. Das geht allerdings nicht, weil niemand die 4x3 oder 3x4 halt irgendwelche größeren Gruppen, sondern alle nur 1x8x2 und so. Bei der mal 8 wird das vielleicht sogar noch ganz gut passen, dass man halt so ein bisschen... äh... Zeug macht. Das könnten wir dann auch machen. Stimmt's? Muss ich jetzt was sagen? Sag einfach ja! Ne! Dann bin ich auch mit einverstanden. Dann gucken wir mal, dass wir unsere Widersacher gleich direkt klatschen. Ne! Ohne groß auf Equip zu setzen. Du setzt sie immer groß auf Equip also. Ich glaub auch die Höhe hier reicht schon. Scheiße ich hab keine Blöcke mehr. Das war gut. Das war richtig, richtig, richtig gut. Boi, boi, boi. Weißt du wissen, wer jetzt wo unser Bett ist? Das ist da oben, ähm, so schräg drüber. Wieso setzt du eigentlich immer Blöcke? Ist das so deine Art hier rum zu bauen? Oder? Ja. Ah, ich seh schon, du hast ja auch eine bessere Spitz... Spickel gekauft. Ne, es rollt. Ich wundere mich, dass die so gut ist. Ja, gut, äh... Fehlt eigentlich nur so ein bisschen Rüstungsteile. Darf das? Ja. Hm. Oh. Hast du grad das Eisen runtergeworfen? Äh, ja, aus Versehen. Leute, bei mir sind grad die... die Blöcke waren grad unsichtbar. Alter, mit diesem Texturenpaket geht's... Oh, Junge, Alter. Ich hab deswegen grade gesneed, weil ich nicht gesehen hab, wo die... Wo sind die Blöcke? Weil das bei mir nicht geladen hat. Hey, Leute, um es ja auch eine Goldquelle, sehr heftig. Die haben sich hochgebaut. Ne, hätte ich nie gedacht. Doch. Diese Schock-Schock-Systeme, das verwirrt mich. Ich find's gut. Hm. Geh mal, äh, ich versuch mal deren, äh... Scheiße, die sind schon... Die haben bestimmt Lockernbogen. So wie, wie die Equipment sind, haben die Lockernbogen. Soll ich auch machen? Boah, sind die dumm. Nein! Oh, leck mich! Bitte nicht! Ja, du nicht, aber die! Haben die Bogen? Äh, ne, die haben ein Knockback-Stick. Ich hab mich einfach runtergehauen, als ich versucht wollte, auf, äh, der Schildkröte zu finden. Aber die sind gut. Aber die sind gut. Aber die sind gut. Ich hab den übelst geklatscht. Jo. GG. Ich hab's mal sehen sollen. Äh, ja. Ich hab's mal in unser Bett so weit wie möglich provisorisch eingebaut. Das nächste, was ich mache, ist mir gleich mal, äh, ein bisschen Eisensnacken und Kisten kaufen, damit wir dir das vorstellen können. Ein Eisen. Wow. Guck mal. Äh. Oh, Rot kommt. Mhm. Ist ja toll. Sind wir ja richtig am Arsch. Haben wir einen Bogen. Ja, die haben einen Bogen. Die auch? Ja. Ich hab gerade so einen Pfeil-Zurren gehört. Oh, scheiße. Jo, wahrscheinlich, ne? Junge. Du Wichser! Ich glaub, er hat's unser Bett trotzdem gekriegt, oder? Nee. Alter, das war knapp. So. Küsste davor, dann kommt er nicht mehr so leicht ran. Hab den anderen. Ich hab's komplett einbauen. Mach das. Ich nicht. Kein Bock. Dich juckt's nicht, wenn das Bett nicht eingebaut ist, war? Ja. Leuch, ich hab fünf Smaragde. Ich weiß, was das heißt. Teleporter! Nicht nur das, wir könnten, mit vier Smaragden, kann man sich ein Kryptonit bauen. Damit sind, äh, Blöcke in der Umgebung, im Umgebungskreis. Soll ich mir auch einholen? Ähm. Schwierer abzubauen. Den setz ich jetzt. Dann sind sie hier richtig gefickt. So. Devor am besten noch ein Block, dann sieht man's nicht so. Ah, die spielen jetzt auch mit Bogen. Add or lame mit Bow. Ja, wir spielen selber mit Bogen, oder ich? Na, du spielst mit Bogen, ich nicht. Du baust dich zum Teleporter oder was? Ne, machst du nicht, okay. Jo, lass die weg. Ähm, ich guck mal, dass ich über den Teleporter rüberkomme. Ja, was baust du hier für Wege? Ja, sieht geil aus, ne? Ne. Oh! Mach mal Hilfe! Ja, wo bist du denn? In der Mitte? Nee, weil... Weil... Dings, äh... Uh, ist bei dem Team? Ja, ne, weißt du? Sonst heu, würde ich, ja hier nicht so rumheulen. Heu, heu, heu! Heu mich hier raus, heu! Ja, und jetzt, wie soll ich denn da hinkommen? Ich bin nicht so schnell wie du. Du weißt genau, wie, da arsch und armen Arsch ich bin. Aber okay Ey Junge, du nackst sie da ordentlich weg Was willst du eigentlich? Ich muss nur darauf Acht geben, dass die nicht von hinten kommen Sonst sind wir richtig gefickt Aber sieht nicht so aus Junge, Alter Rasierst ja wahrscheinlich Jo, wahrscheinlich Nein, nicht Sag doch, ich kann Bettwurst Ja, ich nicht Das ist ja auf der Grund, warum ich den Content mache Achso, du willst üben Das muss ich mir auch sagen Oh, dieser Shot Ist noch einer übrig, wo ist denn der? Bitte Der versucht unser Bett zu nacken Ich wurde runtergekickt, weil er einen Knockback-Stick hatte Und ich habe vergessen, ihn zu kaufen Scheiße Weißt du, wie viel es mag ich ab? Wie viel denn? 14 Yo, Alter Alter Ja, jetzt komm mal und versuch mal unser Bett abzubauen, nachdem ich das Kryptonit gesetzt hab Den will ich killen Du Wichser Hey Ich habe rasiert Du hast einen gekillt Ja, ich habe den letzten gekillt Nix Ey, aber in meinen haben die gesagt, dass sie nicht mit Bogen spielen Also die haben nichts dagegen gesagt, dass wir nicht mit Bogen spielen Hey, stimmt, das ist voll selb Und die haben die Bogen zur Seite gelegt Oh, das leckt Hey, ne, aber die haben auch mit Bogen gespielt Okay Dann hast du es halt oft genug runtergekriegt, dass sie sich keinen neuen Bogen kaufen konnten Das Witzige ist Hast du, du hättest eigentlich mal sehen sollen, wie ich äh, die da gekillt hab Der eine Fullyku war im Bett Einfach mal ne Kombo rausgehauen Dann kam der andere, ich hatte zwei Herzen Okay Dann habe ich ihn abgeschossen mit Bogen Der hat mich auf zwei Herzen gebracht Und dann hat er vergessen zu, den Bogen zu benutzen Dann habe ich mit meinem Eisenschwert den sowas von runtergehauen, den alten Noob Ja Dann lass mal eine 8x2 Map gehen, die auch nicht offen ist Sag mal, wieso sind da keine Leute? Was ist denn bloß los auf diesem Surfer? Ich hab voll die gute Idee Es wird ja auch auch Triter gespielt Da ist eigentlich immer irgendwer dabei Oh Da war aber Teams erlaubt Okay Wenn du gut in PvP liegt, dann ist ja alles okay Wenn du gut in PvP liegt, dann ist ja alles okay Mario Hill Bin mal gespannt Oh Gott Eigentlich bin ich gut in dem Spielmodus Tja, ich muss es erst noch lernen Also ich hab vor Die bedrohen sich doch eigentlich nicht Ich hab vor 18 Folgen Bad Wars Hab ich vor mal ein paar andere Spielmodi auszuprobieren Um zu checken, ob ich in denen besser bin Um zu checken, ob ich in denen besser bin Nein Nein Nicht abo Jetzt die Hab ne App die 8x Also ich Das ist eigentlich voll einfach Das ist eigentlich voll einfach Da ist so ein Loch, wo man durchfällt Guck mal, legst du ihn in hier Ai, in der hier Link Ai, ai, ai Ja Einmal safe jump Einmal durch Nein Scheiße, ich bin rot und gefallen Einmal durch Wie muss man denn hier so reinscheißen umso voll komplett behindert in diesem Spiel muss zu sein Oh Ja, geil Jetzt kann ich mir die tausend Punkte auch eh schicken Ey, sag mal Geht's noch? Nee Geht nicht Danke, dass du das hier aufhörst Danke, dass du das hier aufhörst Nein, ich hab's geschafft Nein, ich hab's geschafft Das ist sowieso einfach Oh Oh Gott Oh Okay, wo muss jetzt hier Das sind immer so diese Hassmodule, ey Du bist vor mir, so a la cheater Pecker Pecker Report Oh Und ich geh sogar noch falsch Yes Einmal durch Mann war das easy Press 3 Oh Ich, 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 ich spiel nie wieder Nein Ich spiel nie wieder Ich spiel nie wieder Bitte nicht Oh mein Gott, ich hasse es Ich hab auch gerade einmal den Sprung fahren Äh Ey Ey Mann Alter Ich schrotte gleich mein Haus Äh, ja Teilweise aufregen Ich mach's halt so lautlos Und du regst sich halt komplett auf Ja, ich mir scheißegal Alter, dieser Den Sprung kann man gar nicht Das ist so ein scheiß vierer Sprung Aaaaaah Kann man schaffen Nicht Ja, jetzt ist es einfach Toll Ja, und jetzt fall ich auch noch Suizid runter, danke Ich liebe es, ey Ey, die tausend Punkte kann ich, kann ich mir auch sparen Guck mal, der erste hat schon 2200 Der übelste Pro ist das Yes Endlich Guck mal links Eiii 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 Alter Ich hatte diesen Sprung Nein, das ist sowieso einfacher Bei mir auch Ey, was ist denn los mit mir? Ich hab echt keine Künstler, ne? Ach man soll da auch Ich bin scheiße Ich hab mir jetzt gecheckt, dass man nicht auf das Glaspad muss, sondern auf den Socket da drüber Das hab ich einfach nicht gecheckt und bin deswegen dreimal gefehlt Ey, ich krieg grad gar nichts in Jo, Alter, die Rassen leichter aus Ich komm hier gar nicht vorrang, ne? Obwohl das Modul sogar Medium ist Ja, viel Ne, äh, Triderm ist nicht mehr mein Spiel Ich hab's einmal geschafft, dass ans Ende Ah, leg me Wir wär Team Ne Ja Ey, guck Wir haben beide 750 Punkte Ja Wir sind beide scheiße Scheiße So, erstmal, äh, ich glaub ich nehm mir einfach mal ein Steinschwert Geil Ich nehm jetzt einfach so nen Lederkack Damit ich überhaupt irgendeine Rüstung hab Ja, ich hab gar nichts mehr, ich bin komplett OP-equipped, guck mal Ähm So Wo bist du? Guck mal, wo bist du? Guck mal hier 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 Welche Crips sind? Übertrieben gut Mal hier Nö, jetzt manchmal ist sowas hart teuer So, essen Auch ein bisschen Futter Und da nochmal noch irgendwas Gels an Ne, Tränke kosten zu viel Ey, Alter, da Sumoente Na, Sumoente Ja, Sumoente Guck mal, Kacke hast du 3300 das ist so ein befehl dass man den risetten konnte dass man den einkauf besitzen konnte dass der einkaufball zurückgesetzt ist ja was hat der schaden ist drei oder so ich will auch mitmachen auch wenn ich drauf gehe ja oh man ist also wirklich scheinbar nicht mein spielmodus meine auch nicht also es fehlt ein bisschen übung drin joe alter die lederrüstung hat auf jeden der lederhelm hat sogar fast schon nur noch die hälfte der eigentlichen nutzung also das engine komplett down leuchten aus der arena gehen wieso kenne ich dich nein ich will nicht hier sein warte mal es gab doch arschriechen ist nichts für mich im der bank ist nicht dunkel oh junge alter ist das widerlich das ist widerlich was macht ein clown im büro fachsen das hat deine hand gesucht ach so ich muss natürlich auf speed gehen du fühlst dich doch aus ich habe mich gerade gefragt warum ich so low bin und dann habe ich gemerkt oh ich scrolle ja die ganze zeit nach unten ja kommst du noch mal ich schreibe hier was auf skype wer schreibt hier auf skype wieso hast du Hunger ja ich habe Hunger ganz toll ich habe Hunger ach komm einmal nutzen wir die noch oder oh ne wir können doch hier nochmal ein bisschen spielen du kannst ja an die Aufnahme ranhängen nö wir können ja auch die Aufnahme so komplett lassen wie sie ist so oder so dann lass noch eine Runde Badwoss machen oder ne jetzt nicht mehr wieso ne wieso habe ich das dich überhaupt gefragt es war halt die schlichteste entscheidung meinst du ja oh mein Gott ich werde zu verlieren roi real ja alles klar ja k alle nicht vorn und hinten ja vorne und hinten nix oben unten einmal komplett bitte so scheißegal man komplett ist komplett da lief nicht rechts und links besten auf der bohcke ich brauche ich war da da das habe ich mir vor meinen aufnahmen gemacht bevor es wird heute ist hier ich war in aber waren aber waren so noch so b und geht ich meine ohrenkipps für die augen so noch so b wie sieht der bei mir aus so ein kochscher feiner ist ja voll witzig so dann nehmen wir mal noki mir fehlen zehn blöcke da bin ich mit da bin ich mit da hat irgendwer was hochgeladen und das wird mal angezeigt weil ich bei google chrome angemeldet bin so weiter und ein h ich weiß gar nicht aber irgendwie läuft das nicht aha blutfobiert was so geladen sommer mhm ist die ich habe noch keine Sommerferien aha ich hab auch keine fähigkeit das nennt sich Urlaub hehehe ist halt so Du hattest kein Knockback-Sick und hast mich trotzdem untergeworfen. Lass mich verarschen. Oh, da fangst du. Fuck, wo ist das Platz? Ich hab scheinbar zwei Spawn-Punkte. Bitch. Ich fahne ein paar Wagen. Ich dachte, Logo und hilft, Mann! Das ist falsch in diesem Spiel. Du musst dich erst mal selber in Brand stecken. Das ist auch gut. Eben nicht. Du lebst noch, scheiße. Ja, Alter, wieder ein Knockback, Junge. Fick dir doch, ey. Vorne und unten. Ja, jetzt. Voll. Ja, tschüss. Fick dir. Das, was du hier produzierst. Nennt man? Wer hat Angst vor dem Weißbrot? Immer der, der da fragt. Nö. Oh. Die Antwort lautet niemand. Das ist doch, dass du Angst hast. Und jetzt? Hast du mich räumen lassen? Komm, auch Moderation. Komm. Nicht, nachdem du mich hier einfach komplett gefinisht hast, du Arsch. Ja, okay, dann werde ich die Runde. Wie soll ich denn das jetzt den Leuten erklären? Jetzt hängt das mal so ein bisschen. Alter, was ist denn falsch? Ich kann grad gar nichts mehr anklicken. Nein? Ich kann ja nur kurz rein. Leute, ich muss die Taste gedrückt halten. Was ist das denn? Hey, und zwar auch noch was zu sehen. Diese kleinen Bote. Mach alle noch weg davon. Alles klar. Ja, warum man, ey? Vor dem ist der sich jetzt auch noch auf mich bezieht. Ich schläge mich am besten ganz schnell. Euch hat die Aufnahme hoffentlich irgendeinerweise gefeilt. Ich bin einfach schlecht in diesen Spielmodus. Aber jetzt auch immer ist es halt. Gieß noch da? Dass sie abmoderation verpasst. Nochmal? Nö. Wo bist du? Ich da, wo du bist. Nur nicht doch, wenn du kannst. Du bist nicht. Nee, nicht. Vor allem, ich muss die Maustaste gedrückt halten, damit ich hier überhaupt laufen kann. Das ist mit dem Spielfall. Ich glaube, ich sollte direkt gleich aufhören. YouTube macht keinen Sinn, ne? Bei mir hängt es hier. Ein einfacher Zwölfjähriger hat mich einfach in einer Runde genutzt. Was ist falsch mit mir? Okay, ich bin einfach nur besser in Rollplates. Nee. Ich bin einfach besser für Rollplates als für Spielmodus. Auch noch elf, alter. Was kommt nach euch? Nee, was kommt nach euch? Zwölf.